So, und wie viele Kilometer steht das breite Spannenfeld? Keine Ahnung. Niedlich. Wie funktioniert mein Server an die Kleiner? Ich habe keine Ahnung. Vermutlich da oben mit den zwei Rollen. Ja, dass die Rollen runter drückt. Genau. Wir machen es dann auf oder zu oder wie auch immer. Das ist offen. Geht das nicht weiter runter? Ja, das geht immer noch. Scheiß Kübel. Ja, das geht nicht. Ja, das geht nicht. Ja. 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 Oh, Menzimuk. Bitte beachten Sie, nichts aus der Gondel herausragen lassen. Den Sie bereit. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist ein sehr krank, ey. Das ist ein sehr krank, ey. Und auf der Stütze sind oben noch mal rollen. Das ist schon ein bisschen besser. Na ja. Das ist ein bisschen besser. Das ist ein bisschen besser. Das ist ein bisschen besser. Das hat man halt gemacht, damit die Leute die Aussicht erst genießen können, wenn sie ausgestiegen sind. Jetzt müssen wir oben bleiben, in der Gastro. Das ist ein bisschen besser. Das ist ein bisschen besser. Das ist ein bisschen besser. ob wir zum Thema in der Kabine nicht tauchen. Wie soll das so machen? Ich hab's geahnt. Ah, in der Kabine nicht mehr. Kannst du rausnehmen? Kennst du vielleicht? Ich hab's geahnt. Das ist auch interessant. Hier ist es so verschraubt. Hier ist es so verschraubt. Das brauchst du dir alles nicht selbst nehmen. Auf der Seite sind überhaupt keine Schrauben drin. Ich weiß, für was die Schrauben da drinnen überhaupt sind. Ja, da ist irgendwas angeschraubt. Irgend so ein komischer Vögel. Ach so. Das ist schon komisch, okay? Nein, oder? Okay. Das ist schon komischer. Ein bisschen. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.